So, Kollegen, wo seid ihr? Da seid ihr. Also, schauen wir mal auf die Mann. Das ist erst mal, neben dran zu fahren. Neben fahren, hinterher. Ach, verrückt. So, wir fahren da drüber. So, kommt denn frei zu stehen, ist auch dumm, ne? Wirkungstreffer. Kerging, voll durch ihre Panzer rum. Kerging, voll durch ihre Panzer rum. Wirkungstreffer. Kerging, voll durch ihre Panzer rum. Ah, ist auch nix. Durch Scrollen des Mausrads gelangen sie in den Zielfernrohrmodus. Oh, cool. Das ist ja cool. Aber ich will jetzt halt auch nicht so groß raus, ne? Da hinten kommen nur welche. Wenn ich auf die andere Seite von diesem Stammdinger fahre. Ach, komm, geh weg. Fahr in da. Sehr stimmt, die können ja auch auf der Stelle wenden. Oh, okay. Das war's. Ich weiß jetzt nicht was Intelligenz davor zu fahren, ich glaube ich fahre davor. Ich weiß nicht, ob wir es sind. da wo meine Kollegen in der drüben ich bin nicht sicher wo ich hin soll So, die kommen. So, die kommen jetzt auch rein. So, die kommen. So, die kommen. So, die kommen. Anwenden Was ist das denn? Okay, da muss ich mich durchschauen, da habe ich keine Ahnung